Es begann mit einer genialen Tarnung. Zentrale, ich bin auf dem Weg in Sonjis Klassenzimmer. Eine perfekte Entführung. Zentrale, alle Fahrzeuge anhalten. Das FBI sucht diesen Mann. War der erste Schritt zu einem perfekten Verbrechen. Dieser Mann hat kein Interesse an ihrer Tochter. Sonji will Megan nichts antun. Ich glaube, dass Sonji berühmt werden will. Sie ist nur ein Mittel zum Zweck. Sonji hat es auf jemand anderes abgesehen. Genau. Aber auf wen? Für den Polizeipsychologen Alex Cross. Sonji hat den Streifenwagen am Rhinopark stehen gelassen und dem Fahrer eine Kugel in den Kopf geschossen. Das ist eine Botschaft. Und wie lautet die Botschaft? Ich bin rücksichtslos, ich handele methodisch, ich habe alles unter Kontrolle. Gibt es Verbrecher, auf die kein Profil passt? Hallo Alex, ich habe etwas für Sie abgegeben. Das müssen Sie sich ansehen. Und Motive. Sonji hat das Verbrechen des Jahrhunderts nicht begangen. Noch nicht. Die man nicht vorhersehen kann. Alle runter! Wer ist ein noch größerer Fisch als die Familie Rose? Zwei im Senat, ein Dutzend im Kongress, Botschafter, Diplomaten. Oh mein Gott. Er hat ein Spiel daraus gemacht. Sonji! Es betrifft nur Sie und mich. Kapieren Sie endlich, ich bin der lebende Beweis, dass Intelligenz, Intelligenz etwas Schreckliches ist. Und dieses Spiel ist noch lange nicht vorbei. Und dieses Spiel ist noch lange nicht vorbei.